Herr Ernstberg. Ernstdorf. Herr Ernstdorf, Sie sind jetzt seit 20 Jahren in unserem Unternehmen. 25. Seit 25 Jahren. Und ich muss Ihnen sagen, wir sind mit Ihrer Arbeit wirklich sehr zufrieden. Deshalb haben wir uns entschieden, etwas zu tun, was wir in unserer 137-jährigen Firmengeschichte noch nie getan haben. Herr Ernstberg. Wir werden Ihnen 4% Gehaltserhöhung geben. Was sagen Sie dazu? Mehr. 5%? Mehr. Wir wollen Sie unbedingt halten. 10%. 20%. Wir erhöhen Ihr Gehalt um 50%. 50%. 25 Jahre. Und kein Tag Urlaub. Kein Tag! Ich gehe zu Energy. Die verdoppeln mein Gehalt. Energie verdoppelt. Euer Gehalt. Alle infos. Energy.de Für EMSG. 109-скомBenz voràng. Weder dialogしen. 2250 Uhr.